Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Purer Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Kann ich rauchen? Ja, genau. Hey Coco, it's my baby. I am a business owner. I run a restaurant in Abbassard called Mitch Mepricks. I've had it for 5 years. I'm also the president of the Abbassard Downtown Business Association. Look, look. Yeah. Du bist dir aber irgendwie unsicher. Was? Nein, ich bin mir unsicher. Ne, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Was? Oh! Was? 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 Frau Welslin ever? Yeah, wir sind. Vielen Dank.